Hi, Friends und Fans. Heute gibt es ein richtig cooles Video, denn ich darf entscheiden, was wir drehen. Und ich hab mich entschieden, Patty muss alles kaufen, was ich rülpsen kann. Boah, ey, das ist nicht dein Ernst. Patty, du hast gesagt, wir drehen das, was ich will. Also. Gut, okay, dann schauen wir jetzt mal, was wir einholen, was ich rülpsen. Viel Spaß. Leute, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, da erfährst du, was wir den ganzen Tag machen. Ihhh, du Wurz, du hast Käsebällchen gegessen. So, Patty, und jetzt möchte ich gerne... Ah, dieser Moment, wenn du tanken musst. Leute, ich entschuldige mich schon mal für den Sound, denn ich werde nicht laut reden, weil es mir echt unangenehm ist. Aber ich würde sagen, let's go. So, dann suche ich jetzt mal hier den Spielzeugladen. Könnt ihr auch zu denjenigen, die gerne Rollfrappeln fahren, dann Daumen hoch. Ja, aber jetzt ist mein Akkulett. Was ich mir nicht muss sagen. So, jetzt ist mein Geschäft ledigt. Jetzt kann ich in Ruhe nach den Einwohnsachen shoppen gehen. Mal gucken, was ich so finde. Oh mein Gott, ich weiß, ob wir jetzt reingehen. Smith Toys Superstore. Ich glaube, das war früher mal... Wie hießen die? Oh mein Gott, ein Traum. Lauter LOS. Krass, die bauen komplett um. Das war ja vorher. Ey, schreibt mir mal in die Kommentare, wie der Laden vorher hieß. Ich komme nicht drauf, aber hier ist ja fast gar nichts mehr. Da sind die Cutie Duties. Äh, wenn wir noch zwei Stück da sind, sind wir, denke ich, jetzt rot. Oder, was ist das hier? Orange. Ich glaube, wir nehmen orange oder rot. Das haben wir schon mal oft. Slimy. Oh, der ist richtig geil. Für uns sind noch viel mehr. Einhorn-Ballonwall. Kennt ihr den? Schreibt mir das mal in die Kommis, wie groß man die aufladen kann. Oh mein Gott. Den kenne ich jetzt noch gar nicht. Super fluffy. The fluffyest ever. Ey, davor nehmen wir jetzt eins mit für das Einhorn. Welche Farbe bitte haben. Ich schätze mal pink, oder? Ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall gefallen, oder? Oh mein Gott. So, was zu naschen. Die sagen hier, diese Melody Pop Kette, die, die Dinger machen Musik. Sparpulver. Oh mein Gott, die sind so geil. Schaut euch mal diese Heifeblasen an. Wie groß die sind. Wieso wünscht er sich nicht so was? So was hätte ich mir gewünscht. Geil, was du da für fette Blasen machen könntest. Ich bringe ihm das mit. Dann kann er mit uns auch mal schaukeln. Okay, hier haben wir so eine LOL. Ich nehme immer die hintere mit. Nie die erste, da hat jeder andere gitscht. Hallo. So, jetzt geht's mal weiter hier. Ey, mir ist das so peinlich hier zu filmen. Ich mache das nur, wenn gerade keiner guckt. Soll ich dem Einhorn so ein Weltfrauen mitnehmen? Ey, wenn das Einhorn jetzt hier wäre, das dürfte hier mitfahren. Oh mein Gott, soll ich's beim nächsten Mal mitnehmen? Dann gebt ihm wieder meinen Daumen nach oben, wenn ich mir beim Einhorn mal hierher kommen soll. Oh, wie cute. Was hat er schon? Ey, ich glaube, ich nehme dir eine Sonnenbrille mit, oder? Was ist das denn? Komm mal. Die ist geil, die nehm ich mit. Die Motten sind alle so groß. Was soll ich denn machen? Wenn ich in den Mädchenklamotten stecke, dann wird er mich hauen, ey. Uh, das sieht doch schon mal gut aus. Oh nein, wie süß. Aber das dreht. Okay, jetzt habe ich hier die Sonnenbrille und habe noch drei Haltstücher gefunden. Ey, das ist so süß. Alter, ich werde noch voll arm. So, jetzt geht's aber weiter. Ja, mal gucken. Oh mein Gott, da sind kleine Hände. Krass, die nehme ich in einem Raum auch mit. Der wünscht sich doch immer Finger. Wie so gute Wälder. Oh mein Gott, was eine krasse Tour tut, durch die Gebäude zu laufen und zu filmen. Ey, das ist überhaupt nicht weils. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal schnell nach Hause zum Einhorn. Ich bin schon total gespannt, was das zu dem Einkaufswagen wird. Alter, ich habe Hunger wie Sau. Manchmal kocht eine ja was, aber Leute, das schmeckt so ekelhaft. Heidi, ich bin wieder da. Patti, ich kann dich hören. Ups. Komm mal her, du Vogel, ich habe ein Paket für dich. Geil, Patti. Ich hoffe, du hast wenigstens alles gefunden, was ich dir aufgetragen habe. So, bist du gespannt, was ich mitgebracht habe? Ich freue mich so. Zeig her. Zeig mir deine Sachen. Du hast gerülpst etwas Süßes. Patti, was ist das? Das ist ein Melody Pop. Die Dinger, die machen sogar Musik. Das ist ein Melody Pop. Darf ich mal probieren? Aber nur, weil du es bist. Mh, ist voll lecker. Pff, schmeckt scheiße. Ey, du wolltest es doch haben. Jetzt nicht mehr. Dann hast du eine Sonnenbrille errüst und du bekommst von mir diese hier. Patti, die ist geil. Komm, mach schnell. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Yeah, Baby. Ey, Patti, du hast doch mal ein bisschen Geschmack. Die ist voll stylisch. Dann wolltest du eine Klamotte und da habe ich mir gedacht, du kriegst von mir Halstücher. Oh, yeah. Zieh schon an. Welches möchtest du denn? Das mit den Bärchen möchte ich anziehen. Oh mein Gott, das wird so süß aussehen. Schön stillhalten, Schatzi. Das ist so schön, Patti. Guck mal, ich bin cool. Ein iPhone-Rapper. Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Jetzt bin ich cool, Patti. Im Gegensatz zu dir. Dann habe ich noch Süßigkeiten geholt. Und zwar habe ich hier Power Shocks. Das sind Crackle Candy. Ja. Was? Die sind doch mal eingepackt. Was ist denn das? Krass. Patti, schützt du mir das in den Mund, bitte? Oh Gott, das ist so lecker. Das ist so lecker. Patti, das ist so lecker. Hör mal. Patti, machst du bitte weiter. Schatzi, du hast ja keine Hände, gell? Ich weiß es. Deswegen habe ich dir Hände gekauft. Nein. Patti, du doof. Ich will keine Hände haben. So, schön stillhalten, Schatzi. Das ist geil. Patti, das sieht doof aus. Guck doch mal, wie cool. Das sieht dumm aus. Richtig dumm. Ich will das nicht. Komm mal, Schatz. Sehr guten Tag. Hi, I'm the one. Also, Schatzi, ich finde, das hat irgendwas. Guck mal, wie das aussieht. Nein, Patti. Nein, ich möchte das nicht haben. Bitte. Einhörner sind schöne Tiere. Wir haben nicht so hässliche Menschenhände. Okay. Oh Gott, mein Finger. Das mache ich gleich mit deinen Fingern auch. Ich habe jetzt noch Schleim für dich. Ich liebe Schleim. Wenn du auch Schleim liebst, dann Daumen nach oben. Ich habe keinen. Und ich will auch keinen. Patti, kannst du das bitte auspacken? Na klar. Ja. Der soll super fluffy sein. Krass, der ist ja nochmal hier eingepackt. Oh mein Goodness. Oh krass. Der riecht wie Kaugummi. Der ist so fluffy. Oh, ist der krass. Man hat echt das Gefühl, man hat so ein Kaugummi in der Hand. Oh, ist der krass. Der geht ganz leicht weich außerdem. Oh krass. Oh mein Goodness. Aber es ist ja nicht meiner, Aini, sondern es ist ja deiner. Oh Patti, der duftet so lecker. Ey, den darfst du nicht essen. Doch, ich will den essen. Nein, gib den her. Den darfst du nicht essen. Aber der riecht so gut. Nee Schatzi, Schleim darf man niemals, niemals, niemals essen. Das musst du dir echt merken. Aber mit Spielen. Genau, mit Spielen. Das kann ich. Gut, dann viel Spaß. Danke. Ich habe für dich noch ein LOL-Geschenk. Oh, geil. Patti, LOL. Wow, die ist riesig. Mach die nicht kaputt, Patti. Das geht nicht auf. Krass. Wie macht ihr das auf? Ein Kind nicht. Liebe Kinder. Wie macht ihr das? Das geht nicht auf. Ah, so geht's. Hä, was ist denn das? Schatzi, ich wollte dir eigentlich eine Figur kaufen. Jetzt ist hier ein Puzzle drin. Oh, scheiße. Patti, du doof. Das ist mal wieder typisch. Kannst du nicht lesen, oder was? Doch, ich habe das gelesen. Guck, da steht drauf. Surprise Puzzle. Oh, mein Gott. Patti, ich schaffe es nicht allein zu puzzeln. Das ist zu schwer. Da musst du mir helfen. Hola, hola. Chica, chica. Da werden wir heute Abend mal ein bisschen was machen. Cool, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch wenn du das wahrscheinlich nicht kannst. Ich bin viel besser. Alles in allem war das aber ein cooles Video. Vielen Dank für die tollen Sachen, Patti. Ich fand es mega. Patti, da hast du dir einen dicken Schmerz mehr verdient. Mein Hasipub. Gib dir wieder einen dicken Daumen nach oben und vergess nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann bist du am nächsten Mal wieder am Start. Und bis bald. It's cool, man. Yeah. Yeah. Und bis bald. 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 Vielen Dank.